Äh, ih, wir gucken mal kurz was für das Schrotpatronen wir haben. Bla, okay, klar. Was haben wir hier? Fünf Schuss, geht klar. 85. Okay. Hier können wir mal nachladen. Oh, natürlich die Classic-Waffe. So, gibt kein Alarm mehr. Er ist hier alarmiert. Okay, da hinten laufen wo welche. Bin ich überhaupt richtig? Äh. Habt ihr Schritte gehört? Ja. Ich würde sagen, als würde da jemand laufen. Mwoh. Ah, ich bin ein lausiger Schütze. Guck mal, was die hier einfach bei uns so bringen sind. Ich bleibe an! Hm. Hm. Okay, die versammeln sich schon mal alle dort. Dann packe ich mal hier die Granate aus. Boah, 500 hat ein Typ gefressen. Ja, willkommen zurück, Leute. Ihr habt soeben den ersten Crash seit Beginn des Spiels miterlebt. Wenn ich mich richtig erinnere. Und. Ja. Ähm. Das war mal was Neues. Keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Aber. Liegt wohl daran, dass die Waffe irgendwie ein bisschen komisch ist. Mal gucken. Mann am Boden. Mann am Boden. Ich habe noch keine Bestätigung. Können wir mal alle irgendwie Munition geben? Müsste das? Irgendwie ist Munition das einzige im Spiel, was wieder ein bisschen rar ist. Oder einfach, oder ich schieße einfach mal viel zu schnell, äh, viel zu, viel zu schlecht. Ich verballe alles. Okay. Geht's hier weiter irgendwie? Im Wirrwarr... ...der verschiedenen Gänge. Hm. Scheinbar nicht. Schade. Schade, schade, schade. Uff, uff, uff. Was können wir hier weitergehen? Ja, vor uns sind wir durch die Gasfrage gelaufen. Ich denke, das werden wir jetzt wieder tun. Oder wir... ...prügen uns gleich hier durch das hier durch. Gönnste Minen da. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Herr, das ist der Ursprung der Störung. Genau, hinter der Tür auf ihn warten. Mit der MP ist echt unfair, aber was soll's. Kommst du noch? Will er jetzt nicht? Was war das? Oh mein Gott, wer hat die Tür aufgemacht? Na, wollen wir nicht nachgucken kommen? Ja, er kommt. Und hallo. Wo ist das Vögelchen? Okay. Och, nee. Das ist der schwer gepanzerte Typ. Ich weiß gar nicht, ob ich den schocken kann. Ja, jetzt mal abspeichern. Kann er nur das wieder von ganz vorne zu Beginn. Okay, hallo. Sehr gut. Stimmt, wir haben ja noch einen Augmentierungspunkt zu vergeben. Der sollte uns etwas mehr Zeit verschaffen. Was das Tarnen angeht. Jo. Den können wir auf jeden Fall. Jetzt geht's los, 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 los. Ja, wir haben es gehört. Aber was soll's. Es soll mir einerlei sein. Dieses Instant-Nachladen, wenn man sich angelehnt hat, ist auch sehr gut. Habe ich noch irgendwas, um mich aufzuladen? Was ist das hier? Untersuchung gibt mir. Ja, das möchte ich gerne haben. Es ist ja schade, dass sich die ganzen Energieteilchen nicht von selber aufladen. Ich verstehe das leider nicht, warum... Sorry, warum hier die Energieteilchen sich nicht aufladen. Oh mein Gott, ein Mann am Boden. Oh mein Gott, ein Mann am Boden. Dich hab ich erschossen. Bleib tot. Ja, wenn das nichts anfängt zu schießen, muss irgendwas ins Busch sein. Na, da hinten ist er. Ich hoffe, das waren sie alle. Ach, Munition. Immer her damit. Und schön nachladen. Wieso nicht? Wieso habe ich nicht genügend Platz hier? Was soll das? Was blockiert es ja schon wieder? Hm. So, ne gut, ne, die waren gerade sehr hilfreich. Die behalte ich immer lieber als Schalldämpfer. Kombinieren mit... Was soll's. Na, na. Ah, Mann. Ich will die MP-Kanade auch haben. Die sind wichtig. Das ist wichtig. Lol. Wieso will er denn das und das nicht kombinieren? Ach, sehr gut. Munition, endlich. Okay. Was haben wir hier? Blablabla, verschlüsselt irgendwas. Komplett egal. Ist eh nicht interessant. Dann eine neue Granate. Und weiter geht's. Was ist das? Was war eine geschiffene Fahrt? Was, wie? Mikel, ich hätte es anders ankündigen sollen. Die größten Schurken der gesamten Geschäftswelt treten bei einer extrem schlüpfigen Schlacht gegen Rettandau, um herauszubinden, wer die Kranz-Bot-Führung in der Welt und die Welt der wenige Fahrten 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 Nukvirus, Türen, geöffnet. Und der Sohn ist frei. sind sie tongs junge das sagt zumindest meine mutter aber sie sind weder von belltower noch chinesen kann ich davon ausgehen dass mein werter vater sich absichert indem er sie anstelle seiner harvester schickt um mich rauszuholen ja können sie verschwinden wir von mir lieber nicht soweit ich weiß hat belltower eine menge leute da draußen ich vertraue doch nicht darauf dass sie vielleicht alle von denen erledigt haben nichts für ungut amerikaner schön gut ich war von der sache auch nicht begeistert deshalb soll ich ihnen das hier geben nicht übel also gut vater das ändert alles wenn sie es richtig zusammengebaut haben sind sie soweit mir wäre wesentlich wohler wenn ich wüsste was das für ein gerät ist und was genau sie damit vorhaben haben sie ihnen das nicht gesagt das überrascht mich nicht vater liebt seine kleinen geheimnisse ich nehme an ihnen ist aufgefallen dass diese harvester vorhandene technologien nutzen wenn sie damit meinen dass sie sie stehlen und weiterverkaufen ja das ist mir aufgefallen ich bin davon zwar nicht begeistert aber nicht alles wird weiterverkauft manchmal zerlegen sie das zeug und bauen etwas nützlicheres daraus eine mobilversion zum beispiel nicht implantiert werden muss um zu funktionieren ich weiß immer noch nicht was das für ein ding ist ich werde ihnen zeigen also können wir gehen ein moment noch wie zum teufel hat bettower sie erwischt was meinen sie damit ich bin zwar kein triaden experte aber ich möchte wetten dass ihr vater kurz davor steht ein drachenkopf zu werden das ist doch sehr unwahrscheinlich dass die örtliche polizei bei ihm antanzt und sein sohn verhaftet unter normalen umständen hätten sie recht aber in diesem fall bin ich bei denen angetanzt sie wollten entführt werden warum sagen wir ich teile die begeisterung meines vaters für augmentierungen nicht ich finde sie gefährlich und denke dass unsere familie die finger davon lassen sollte aber vater erwartet dass ich wie sagt man in seine fußstapfen trete ich musste mir also was einfallen lassen ich kann ihn nicht folgen tongsie hung würde seinen einzigen sohn niemals gehen lassen ich musste ihn also überzeugen dass ich hengsha verlassen muss und da haben sie die entführung inszeniert sie spielen mit dem feuer junge sie haben einen krieg der triaden mit belltower riskiert und das leben aller bewohner von lower hengsha auf spiel gesetzt das kann sein aber sie sind hier um mich zu retten oder bis jetzt scheint mein plan also aufzugehen richtig aber manchmal ist es so dass ihr mehr macht sie zu haben glauben desto schneller rinnt sie ihnen durch die finger ich werde daran denken amerikaner können wir dann jetzt gehen ja aber bleiben sie dicht bei mir ich muss mit ihrem vater noch was regeln und das kann ich vergessen wenn ich sie nicht in einem stück bei ihm ab liefere machen sie sich darüber keine gedanken ich sorge dafür dass vater sein versprechen hält vielleicht lässt er sogar noch mehr springen aber so sehr ich ihnen für ihre hilfe danke ab jetzt kämpft jeder für sich man sieht sich okay er hat sich unsichtbar gemacht sehr gut und ja das ist das sicherheitsversteck was es gibt eine drei gefängnis zellen große gefängnis zellen trakt unter einer null fabrik ja das ist wohl das ähm sicherste gefängnis aller zeiten nicht ich bin hier reingelaufen als wäre es gar nichts oh my fucking godness und das war jetzt die die super mission die man in der pre order bekommen hat oder was okay ein klein wenig enttäuscht bin ich schon weil das ist a logisch nicht richtig von der geschichtserzählung her und b ist es lächerlich also stark augmentierte soldaten ha 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 toll sie haben sich unsichtbar gemacht und haben auf mich geschossen sehr gut hätte eigentlich mehr so stealth attacken oder sowas erwartet um her springende super soldaten die mir mit granaten raketenwerfern unglaublich krassen laser gewehren schwertern und was das china herz herr gibt zu leibe rücken aber ja scheinbar ist das sicherste was es gibt ein kleiner gefängnistrakt unter einer nudelfabrik omg die lade sequenzen sind auf jeden fall immer noch sehr lang aber was heißt jetzt der kleine typ ist jetzt unnichtbar gemacht hat sich es ist rausgerannt hat überlebt und ich renne zum daddy und überreddin oder was mal gucken